Sechste Etage. Ein klassischer Teppaufzug Baujahr 1952 hier in einem Geschäftshaus am Kaiser Wilhelm Ring in Köln. Das Gebäude ist von außen verschlossen. Aber ich konnte, wenn ein paar Leute rausgegangen sind, konnte ich hier problemlos reingehen. Der Kellergeschoss ist leider gesperrt. Ist hier für den Keller oder so, und das ist wegen dem Vorzugsrat. Sehr ganz schöner Aufzug. 4 bis 6 Jahre lang. Ich habe 300 genug Teleform natürlich. Und eine sehr schöne Drehtür. Man kann hier sogar auch ausschauen. Ein separatisches Notdrucksystem nach neuem europäischen Sicherheitsstandort ist auch vorhanden. Hier muss ich einsteigen. Hallo. 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 Hallo.